Hallo und herzlich willkommen hier bei Düsseldorf Dortmund 11. Wir hatten gestern bei mir die zweite Liga gemacht, meine Tipptabelle. Also wie ich es denke, wie die am Ende aussehen wird. Und heute kommt die erste Bundesliga dran. Auch da wieder auf den letzten Platz fangen wir an. Viel Spaß. Auf den 18. Platz tippe ich, dass der erste Augsburg hinkommt. Auf den 17. Platz tippe ich, dass der Hannover 96 hinkommt. Und der wieder absteigen wird. Auf den 16. Platz ist der Hamburger Sportverein. Und die müssten jetzt gegen Darmstadt, wenn das so wirklich bisher tippe. Auf den 15. Platz kommt der VfB Stuttgart. Auf den 14. Platz kommt der FC Freiburg. Auf den 13. Platz kommt der VfB Stuttgart. Auf den 13. Platz kommt der 1. FCV Mainz 05. Auf den 11. Platz kommt der FC Freiburg. Auf den 11. Platz kommt der FC Freiburg. Auf den 19. Platz kommt der FC Freiburg. Auf den 19. Platz kommt der FC Freiburg. Auf den 19. Platz kommt der FC Freiburg. 19. Platz kommt der FC Freiburg. Auf den 15. Platz kommt diesmal Hertha BSC. Auf den 4. Platz ist der RB Leipzig. Leipzig. Auf den 3. Platz ist wieder Borussia Dortmund. Auf den 2. Platz ist der FC Bayern München. Und auf Platz 1 die TSG 899 Hoffenheim. Und das wird meine Tabelle. Am Ende steigen Hannover und Augsburg ab. Und Ingolstadt und Braunschweig auf. Und Darmstadt und Hamburg müssten für die Relegation spielen. Und ich denke, dass Hamburg da mal wieder sich rettet. Und das war's mit diesem Video. Mit der 3. Liga, das dauert noch lange. Und das war's so. Tschau. Und bis zum nächsten Mal. Bei Düsseldorf Darkmond L.